Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute sind wir bei der quadratischen Ergänzung. Und die quadratische Ergänzung vorweg, die brauchst du immer dann, wenn du von der Normalform zur Scheitelpunktform umformen musst. So, was bedeutet das? So, Scheitelpunktform. So, erstmal ganz kurz, Normalform ist dann y oder f von x, total egal, x² plus bx plus c. Und die Scheitelpunktform, die sieht ein bisschen anders aus. Die sieht zum Beispiel so aus. y gleich x minus 2, Klammer zu, zum Quadrat plus 1. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, wie unterscheiden die sich? Erstmal ist das total einfach. Hier gibt es x² und x und hier gibt es x. Aber hier, das hier, ist eine binomische Formel. Da steckt das also drin. Und der Vorteil dieser Schreibweise, der Scheitelpunktform ist, dass man hier den Scheitelpunkt, deswegen heißt das so, der Parabel direkt ablesen kann. Und der Scheitelpunkt von dieser Gleichung, das wäre jetzt 2 und 1. Hier muss man nämlich das Vorzeichen umdrehen. Und darum geht es überhaupt erstmal bei der quadratischen Ergänzung. Viele verstehen das nämlich gar nicht. Die ganze quadratische Ergänzung brauchen wir nur, um von der Normalform zur Scheitelpunktform zu kommen. Und die Scheitelpunktform, die benutzen wir deswegen, weil wir den Scheitelpunkt dort einfach ablesen können. Und zwar ohne zu zeichnen. So, darum geht es. Und jetzt muss man wissen, die quadratische Ergänzung ist etwas, was wir auf einer Seite hinzufügen und gleich wieder abziehen. Klingt komisch, ist es aber gar nicht. So, auf geht's. So, wir starten mit einem ersten Beispiel. Y, einige schreiben f von x, total egal. X Quadrat plus 8x minus 4. Und das sollen wir jetzt umwandeln in die Scheitelpunktform, damit wir dann den Scheitelpunkt bestimmen können. So, was wir dafür brauchen, ist ein klitzekleines Hilfsmittel. Und zwar die quadratische Ergänzung. So, und weil das zwei so lange Wörter sind, benutzen wir immer eine Abkürzung. Und zwar Q Punkt E Punkt. Das könnt ihr euch schon mal merken. Und die schreibt ihr in. Und die quadratische Ergänzung, das ist b durch 2 in Klammern zum Quadrat. Jetzt fragt ihr euch, was ist b? Naja, das hatten wir gerade aufgeschrieben. Das war dies hier. Y ist gleich x Quadrat plus bx plus c. Also dieses b hier, das ist immer der Wert vor dem einfachen x. Also in unserem Fall 8. Und das nehmen wir jetzt mal. Also 8 geteilt durch 2 in Klammern zum Quadrat. Jetzt wisst ihr auch, warum eure Lehrer immer sagen, lernt die Quadratzahlen. Also, erst die Klammer. 8 geteilt durch 2 ist 4. 4 zum Quadrat. Also 4 mal 4 ist 16. So, jetzt wissen wir, die quadratische Ergänzung ist 16. Ich unterstreiche jetzt, damit wir es besser verstehen. Einmal grün und einmal rot. So. Und jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir unsere obere Gleichung. Y gleich x Quadrat plus 8x. Und jetzt passt auf. Plus 16 minus 16. Und jetzt den Rest wieder von da oben. minus 4. Und jetzt denkt ihr euch, was soll das denn? Wieso fügen wir denn eine 16 hinzu, wenn wir sie gleich wieder abziehen? Vorweg, das müssen wir natürlich machen, weil das hier eine Gleichung ist. Und es müssen ja auf beiden Seiten immer das Gleiche passieren. Das heißt, würden wir nur plus 16 rechnen, müssten wir auf dieser Seite auch plus 16 rechnen. Wollen wir natürlich nicht. Aber wenn wir auf einer Seite plus 16 minus 16 rechnen, dann brauchen wir auf der anderen Seite nichts machen. So. Das heißt also, das hinzuschreiben ist kein Problem. Aber warum jetzt ausgerechnet die 16? Und das hängt natürlich, ihr ahnt es schon, mit der binomischen Formel zusammen. Und zwar erkennen jetzt einige von euch, hey, guck mal, das hier, das ist ja eine binomische Formel. Und zwar aufgelöst. Und darum geht es. Klammer auf x. Dann nehmt ihr die Hälfte vom x-Wert plus 4, Klammer zu, zum Quadrat. So. Jetzt überprüfen wir das mal. Wenn wir das jetzt auflösen wollen, wisst ihr noch, a² plus 2ab plus b², dann haben wir hier x² ist das hier. 4x und 4x sind 8x und 4 hoch 2 sind 16. Die 3 sind weg. Und jetzt steht hier hinten noch minus 16 und minus 4. Und das müssen wir jetzt noch zusammenrechnen. Das ist nämlich das, was über ist. Und dann steht hier plus 4 minus 20. Ihr seht, das hier rechne ich einfach zusammen. So. Und jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich nämlich das, was ich brauche. Ich habe aus der Normalform eine Scheitelpunktform gemacht. Und jetzt kann ich das einfach ablesen. Der gesuchte Scheitelpunkt ist nämlich hier minus 4. Achtung, der x-Wert wird immer entgegengesetzt aufgeschrieben. Also aus Plus wird Minus, weil Plus 4 verschieben nach links heißt. Und die Höhe ist minus 20. Und schon sind wir fertig. So funktioniert die quadratische Ergänzung. Wenn du jetzt noch ganz schlimm verwirrt bist, keine Sorge, wir üben das. Wichtig ist aber zu verstehen. Erstens, du musst die binomischen Formeln. Die erste, die zweite und die dritte können. Wenn du die nicht kannst, guckst du dir das Ganze nochmal an. Zweitens, das hier sind die einfachen Aufgaben. Die erkennst du daran, dass hier oben noch keine Zahl vor dem x steht. Wenn du Aufgaben berechnen musst, wo Zahlen oder Kommazahlen vor dem x stehen, dazu habe ich auch ein Video. Aber das machen wir nicht in diesem Video. In diesem Video schauen wir uns nur die Grundlagen. So, und jetzt rechnen wir die zweite Aufgabe. So, auf geht's. Eine zweite Aufgabe. y gleich x² minus 6x plus 10. Alles klar. So, erster Schritt. Wir brauchen die quadratische Ergänzung. Gut. Was war das noch? Ja, richtig. b halbe in Klammern zum Quadrat. Okay. Was war nochmal b? In diesem Fall hier minus 6 geteilt durch 2 in Klammern zum Quadrat. Alles klar. 6 geteilt mal minus 3 ist auch 9. Das heißt, das Vorzeichen ist hier nicht entscheidend. So. Dann einmal noch mit Farbe. Gleich machen wir das ohne. Jetzt setzen wir unsere quadratische Ergänzung ein. y ist gleich x² minus 6x und jetzt plus 9 minus 9 und den Rest plus 10. Seht ihr? Total einfach. Und jetzt erkennt ihr hoffentlich schon wieder die binomische Formel hier. Das ist die binomische Formel. Und die setzt sich zusammen aus x minus 3 in Klammern zum Quadrat. Jetzt gucken wir uns den Rest noch an. Minus 9 und plus 10 ergibt plus 1. Und dann sind wir fertig. Und jetzt können wir sagen, der Schnittpunkt ist 3 und 1. So einfach ist das. Okay. Nächste Aufgabe. So. y gleich x² plus 4x minus 3. Wenn du dich traust, drückst du jetzt auf Stopp und rechnest schon mal alleine. So. Wir machen weiter. Quadratische Ergänzung. Und ihr wisst es noch. b halbe in Klammern zum Quadrat. Alles klar. In unserem Fall 4 geteilt durch 2 sind 2. Hoch 2 sind 2 mal 2 sind 4. Okay. Ein letztes Mal mit Farbe. also y gleich x² plus 4x. Und jetzt plus 4 minus 4 und oben aus der Aufgabe minus 3. Nun wieder zusammenfassen. Aha. y gleich x plus 2. Klammer zu zum Quadrat. Kleine Hilfe nochmal. Das Vorzeichen ist immer das hier. Und die Hälfte hiervon ist das, was in die Klammer kommt. So. Übrig bleibt minus 4 und minus 3 und das macht minus 7. Und dann sind wir schon wieder fertig. Der Schnittpunkt liegt bei minus 2 minus 7. So einfach ist das. Okay. Nächste Aufgabe. Eine letzte Aufgabe zum Schluss. y ist gleich x² plus 10x plus 15. Und wieder sollen wir den Scheitelpunkt benennen. Alles klar. Schritt 1. Die quadratische Ergänzung. Du kannst es wahrscheinlich schon mitsprechen. b halbe in Klammern zum Quadrat. Alles klar. b, wir wissen es noch, ist das vor x. Also 10 geteilt durch 2. Das sind 5. 5 hoch 2 ist 5 mal 5. Also 25. Diesmal gibt es keine Farben mehr. Wir kriegen das so hin. y ist gleich x² plus 10x plus 25 minus 25. Und oben den Rest dazu plus 15. Jetzt erkennt ihr hier die erste binomische Formel. Also x, Klammer auf, hiervon die Hälfte, plus 5, Klammer zu zum Quadrat. Die drei sind verbraucht. Hier hinten steht jetzt noch minus 25 und plus 15. Das ergibt minus 10. Damit sind wir fertig. Und unser Schnittpunkt, Scheitelpunkt, Entschuldigung, der ist minus 5. Hier müssen wir das Gegenteil nehmen. Und minus 10. Und dann sind wir fertig. So, ihr merkt euch Folgendes. Also, aus der Normalform kann ich die Scheitelpunktform machen. Das mache ich, weil ich den, oh Wunder, Scheitelpunkt ablesen kann. Dafür benutze ich die quadratische Ergänzung und als Grundlagen brauche ich die binomischen Formeln. Klingt fürchterlich kompliziert, ist es aber gar nicht. Oder besser gesagt, noch nicht. Denn sobald eine Zahl vor dem x² steht, wird es ein bisschen komplizierter. Das machen wir aber im nächsten Video. Okay, das war's.